In Gedenken an die 66.952 gefallenen Krieger und 92 gefallenen Generäle unseres großartigen Vaterlandes in diesem furchtbaren Krieg. Sie, unsere ehrenvollen Soldaten, waren über viele Jahrzehnte im Krieg. Sie kämpfen in Germanien, sie kämpfen in Gallien, sie kämpfen in Britannien, sie kämpfen in Spanien, sie kämpfen in Italien, sie kämpfen in Krakia, sie kämpfen in Slawien, sie kämpfen in Afrika, sie kämpfen in Ägypten, selbst in Asien kämpften sie, in Arabien und Persien. Sie kämpften zur See und zu Land, im heißen Sand und im kalten Schnee, bei Sturm und Verderben, jeder Witterung trotzten sie. Sie kämpften um den Frieden zu sichern, um den Aufbau voranzubringen, um zu helfen. Sie wollten helfen, den Menschen einen Weg in eine bessere Zukunft zu bereiten. Verloren haben sie dabei ihre eigene Zukunft. In ihrem Eid haben sie geschworen, dem germanischen Reich treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des germanischen Volkes tapfer zu verteidigen. Sie alle haben diesen Eid erfüllt. Sie haben dafür das denkbar Größte ihr Leben gegeben. Ich verneige mich vor ihnen. In Dankbarkeit und in Anerkennung. In Dankbarkeit und in Anerkennung. Amen.